St. Bravo, wir sehen 70 Feinde in Ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Sehr lustig Station. Negativ. Total negativ. Over. Könnte ein Fehler in einem der ACS-Module sein, Sir. St. Bravo, Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Der Himmel ist freie Station. Sie haben da ein paar Phantompunkte. Over. Zulu X-Ray 6. In Ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Negativstation. Alles bestens. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz. Starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Sera Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde. Over. Sie sind überall. Sera Delta, wiederholen Sie. Ich sehe Kampfjets über der I-95. Die Säule sind nicht durchgezogen. Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier ist Sergeant Foley. 1. Bataillon. 75. Ranger-Regiment. Befehlshabender Commander von Hunter 2.1. Hören Sie mich. Over. An alle Stationen. Achtung. Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem zur Zeit nicht einsatzbereit. Ja, und damit herzlich willkommen zum Let's Play von Call of Duty Modern Warfare 2. Dies ist Part 3. Wir werden hier gerade auf amerikanischem Boden angegriffen von irgendwelchen Russen, würde ich mal behaupten. Ja, die jetzt denken, wir hätten den Krieg ausgelöst aufgrund des Massakers am Flughafen. Dem ist er ja nicht so. Oh, hübsches Mädel. Alter, wie er mich rausgekickt hat. Ach du Scheiße. Geht das schon wieder voll los hier. Boah, krass. Runter, man. Runter, runter. Die Gasse, man. Alles klar, komm mit. Wow, what the fuck? Das müssen wir noch mal machen. Das war geil. Das müssen wir noch mal machen. Nochmal geht das nicht, aber das war voll cool. Zusätzliche Booteunterstützung ist auf dem Weg zu Ihnen. Wow, wow. Okay. Sollen wir Waffen? Okay, das ist klar. Das scheint so eine amerikanische Siedlung zu sein, irgendwie. Zusammen mit Sergeant Foley und Corporal Dunn und Private Morgan. Ach du Scheiße, Vorsicht, Panzer. Alles klar. Okay. Alter Schwede, Mann. Brennt alles. Krass. Alter Schwede. Wieder Funkenflug hier. Krass. Rauchkanaten. Sag mal, wo ich die finde. Kuh, Rauchkanate. Noch eine, voll selber. Die war ich vom Fahrzeug entfernt, ja das zweite dann nicht. Die erste glaube ich, hätte ziemlich gut gewesen. Alles klar, go. Oh, alter. Alles klar, da haben wir die Gasse. Nein, alter. Scheiße, Mann. Ich dachte, wir hätten ja alle platt gemacht. Aber da kam eine Tür um die Ecke noch. Die habe ich jetzt nicht so richtig gerechnet. Das Ganze nochmal. Alter, jetzt hat er mich platt gefahren. What the fuck? Ja, doch. Ist schon wieder geil los hier. Rauch nutzen, um am BTR vorbei in die Gasse zugelangen. Alles klar, das haben wir. Vielleicht besser, wenn wir auch eine AK mitnehmen. Ach du, scheiße, Granate vor sich. Alter, scheiße, Mann. Da, kommt her. Komm zu, komm zu Papa. Ja, fang das. Mit Bande. Ja, perfekt, Mann. Achtung, Granate. Wer zurück. Alles klar, gute Arbeit. Ich liebe die TAR eigentlich. Ich habe jetzt immer geliebt, die Waffe. Da wir gerade eh keine Munition mehr hatten. Fällt sich das ganz gut. Das Auto brennt auch. Man muss aufpassen, dass wir da nicht irgendwie... Alter Schwede, Mann. Alter Schwede. Fall nach. Packt ja alles rum, Mann. Krass. Wee, 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 wee. Okay, lass mir das. Alles klar? Okay. Alter Schwede, mal voll der Krieg hier. So eine Shotgun hinten im Wagen liegt. Oder eine MP oder so. Nate Sportsbahn Güll. Ich glaube, der sah auch schon mal besser aus. Was soll ihm folgen? Okay. Alles klar, gehen wir aufs Dach. Gehen wir aufs Dach. Wo geht's aufs Dach? Geht's ja irgendwo aufs Dach. Geht's ja irgendwo aufs Dach. Wo geht's nicht aufs Dach? Ah, da. Alles klar. Dann gehen wir mal aufs Dach. Gucken wir mal, was das Dach sozusagen. Was haben wir hier? Geschützt. Müssen wir das hinlegen? Das ist hier rüberlegen. Alter. Alter, zwei, ein, dann alle. Normaloptik einsetzen, falls vorhanden. Aber sollen dafür teilen, okay? Mehr als zwei Sorteile. Ja, wir wollen oder dahin. Das Leiber haben wir hier. Das ist doch eine gute Sache. Wenn wir mal alter Schwede. Alter Schwede, ich immer runter. Runter, runter. Wieder mal runter, Alter. Ja, genau. Das kommt am ganzen Tag. Battlefield 4 zockt, ey. Dann ist es ein bisschen schwierig. Sie können die Steuerung wiederum zu gewinnen. Weil bei mir ist Y hinlegen, glaube ich. Alter, ja, mit der Mario-Wesie und so. Nein, mit dem Ding komme ich überhaupt nicht klar. Ich saue, wir nehmen uns mal wieder an zur Waffe, ne? Alter, ich will die Waffe, gib her. Was willst du von mir? Krass, Mann. Krass, krass. Was zum Pfeifel. Alter, wo kommt der denn her? Alter, die sind irgendwie aufs Dach gekommen. Krass. Wo sind die her gekommen, Mann? Wow, Alter, von unten. Krass. Ich fährt mit der Granate runter, Mann. Ja, ne, krass. Norden, okay. Ah, der ist leer. Okay. Alter, da kommt wieder von hinten, Jungs. Pass mal hinten auf. Ja, sorry, Bruder, Mann. Du musst auch aufpassen, ne? Weißt du noch was? Ich seh grad gar nichts mehr. Der krebst da auch noch rum. Dann spürt mich auf dem Dach, Jungs. Okay, krass. Alles Dinger. Das kann auch was werden noch. Oh, schon wieder tausend Leute. Tausend neue Leute. Wow, Alter. Predator drohen, ich hoffe es ist unsere. Nein, es ist die Fliefe nicht unsere. Okay. Geht's nicht hier runter. Ja, sag mir, wo? Ich weiß nicht, wo es hier runter geht. Okay, runter vom Dach. Haua. Keiner unschädlich machen. Welchen Penner? Ich hoffe, ob ich hinwoll. Hin muss. Aber rüber, sagen wir, okay. Wir gehen doch rüber. Okay, aber nicht so. Alter. Alter, krass. Wieso kommt ihr rüber? Ich kann mal nicht rüber. Okay, jetzt. Okay, rüber da, Jungs. Ach, noch Vorsicht. So, jetzt außenrum, rechtsrum, rechte Flanke und so. Ja, alles klar, sauber. Go, 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 go. Hallo. 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 Hallo, zusammen. Hallo, ist noch jemand im Leben? Okay. Wohl nicht so. Okay, haben wir uns mal das Teil da. Okay, okay. Warte, hier geht's hier wieder voll ab. Okay, krass. Scheint, wir müssen den Blumen gleich irgendwie platt machen mit irgendwas. Irgendwo eine RPG, oder? Da, da, da ist hier irgendwie eine RPG, oder? Alter, alter Schwede. Und eine RPG. Da sagt mir weh. Ah, vier Pälder drunter. Oh ja, das ist eine schöne Sache. Bam. Und Schüsspanzer. Wer ist denn über? Über die Entdeckung hier. Ja, komm, gehen wir in die Pälder drunter. So, und das Gleiche nochmal. Piep, 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 piep. Da sind aber fast alle tot bis auf den einen. Auf das Haus würde ich mal gerne schießen da unten. Weiß er allerdings nicht genau. Aber vielleicht, wenn wir die nächste Drehung machen, können wir vielleicht vorne reinschießen in den Eingang immer. Das seht ihr, weil die kommen da hinten durch. Ich glaube, könnten wir vielleicht schön einen Predator drauf schießen. Und gleich schön vorne in den Haupteingang rein, das Teil. Guck mal, wie viel wir gekillt haben. Ja, doch. Gleich ist es gleich nochmal. Ich gehe einfach ins Fenster oder so. Ja, sofort. Aber das war leider nichts. Das ist gleich nochmal. Auf der Haupteingang. Ja, das war wie ein Kill. Da haben wir noch genug drin. Aber ich will jetzt hier nicht mit Raketen auf irgendwelche Spatzen schießen, weil die ist ziemlich... Ich weiß allerdings auch nicht, wie wir die sonst. Dann kommen wir auch nicht gerade weg da. Dann tschüss. Na klar, ich glaube, wir können mal wieder los. Ich würde sagen, go, Jungs, go, komm, wir rüber. Ich bin immer da, wo soll ich auch sein? Okay, unser Kollegen. Okay. Ich heiße nicht, Ramirez. Wir haben noch gerade zu viele Gegner drin, oder? Wir müssen hier unbedingt raus, bevor die noch einen Angriff starten. Ich bin dabei. Granate. Nochmal Granate. Da, wie er das überlebt hat, keine Ahnung. RPG, schöne Sache. Vielleicht brauchen wir die nochmal. Okay, wir schützen. Wir sollen den beschützen da hinten. Wir sollen Taco-Inbiss. Auch drei. Eins. Zwei. Zwei. Los, los, los. Los, los. Los, los. Los, los. Los, los. Halte mir die Typen vom Leid. Oh, unsere Verlegen. Ziel erledigt. Oh, sorry, Bruder. Geht's dir gut? Das kam, hätte ich doch nur ein bisschen an den Kopf getroffen. Ich habe es zum Kühlraum im Burgertraum gesagt. Wrister ist drinnen und sicher. Die Tür ist zu. Halte die Russen auf. Verbündeter Konvoi in Bewegung. Panzer 2, 1. Achtung. Er hat 15 Feinde näher in sich ihrer Position von Norden. Over. Von mir ist Feinde gesichtet. Drohne steuern benutzen, um Wrister zu sitzen. Okay, brauchen wir erstmal Deckung dafür. Wow, Alter. Und tschüss. Up in die Menge. Ja, das war auch ein schöner Schuss. Das gleiche machen wir das gleiche nochmal hier. Also aufs Auto am besten die höchste Sprengkraft. Ja, das war auch gar nicht schlecht. Den 3er ist auch noch weg da. Und tschüss, ihr Wixer. Ja, wir sind unsere Kollegen angeschossen. Oh, da hinten. Oh, da ist mal die Rechte. Und tschüss. Mehr als 10, alter Schwede. Das war richtig gut, Jungs. Und vielleicht nochmal... Ich weiß gar nicht, wie viel Munition wir überhaupt haben, aber das wird auch noch ein schönes Ziel. Das war's. Oh, ne. Oh, doch, haben noch was. Warum bin ich die noch weg da? Okay, Drohne ist weg. Aber das war doch ein Hit. Ja, aber ist doch alles ruhig hier. Wie auf dem Friedhof, man. Ja, Busch ist natürlich die beste Deckung, die man überhaupt haben kann. Alter. Da müssen wir da irgendwie die ganzen Leute platt machen, damit wir da hin, hin kennen. Ja, da hat er vor sich. Ja, da haben wir auch. Sauber. Alter, jetzt sieht es aus wie auf einem Schlachtfeld, man. Krass. Singerrakete. Müssen wir rüber und scheinen eine Singerrakete holen. Ich glaube, die hatte ich auch vorhin gesehen. Das war dieses Raketenwerfer-Ding. Oh ja, das brauchen wir dringend. Kein Problem, mich mit einem MG mit dem Hubschrauber anzulegen. Komm rein da. Singerrakete. Schöne Sache. Geben wir halt das Teil. Hau mal das Ding noch mal weg da. Ah, so gut. Ja, und Schüss. Aber der ist Geschichte. Ja, kann der Schütze irgendwo da hinten ab. Ich glaube, das wird wohl keine überleben. Ne. Er hat überlebt nichts mehr. Da kommen neue Ziele aus der Richtung. Oh ja, ganz, ganzer Schwarm und zählen. Auer. Der neue Kampfumschrauber. Irgendwann der Singer holen. Da oben ist die, okay. Da irgendwie rüberkommt. Gib mal Deckung. Ausgleichsam. Alter, das war knapp. Das ist mal heilen hier. Oh sorry, Bruder. Ich bin ein bisschen nervös. Hier gibt es mal Deckung, Jungs. Ich muss den Stinger holen. Geht sofort weiter. Alles klar, Stinger. Ausgeholt. Visier nehmen. Und tschüss. Ja, der ist ja auch Geschichte. Konvoi, alles klar. Ja, wir sind zum Konvoi, anscheinend. Aber Jungs, ab zu Konvoi. Ja, alles klar. Ich bin schon auf dem Weg. Wo bist du denn? Alter, scheiße. Das war übrigens der Gegner. Ja, ich bin dabei. Warte noch mal, Bruder. Ich bin auch schon dabei. Ich bin nicht, wo ihr seid. Die Ding. Könnte Tankstelle anscheinend. Soll ich einsteigen oder was? Oh ja, alles klar. Kein Mg dran. Das ist blöd. Ramirez, komm, ich warte auf euch. Ramirez, hey, hallo. Ah, mach was hinter hier, bitte doch. Private Chen, bist du ein Chinese oder was? Ah, ich würd sagen, dritter Weltkrieg, Jungs. Wir müssen das ACS erlangt haben. Das ist der Schlüssel zu jedem Schloss in Amerika. Und sie schlagen für jeden toten Zivilisten in Moskau tausendfach zurück. Wir haben wohl keine Freunde. Amerikanische Truppen. Ich kenne jemanden. Suchen wir eine Telefonzelle. Gibt's die noch? Nikolai? Den kennen wir da vielleicht sogar? Und an einem GULAG? Aha. Okay, wir sind in Rio de Janeiro wieder. Mit Roach und Soap zusammen. Sonderkommande 141. Rio de Janeiro 400 Meter über Normal Null. Alles klar, jetzt haben wir hier Waffen. Eine, weiß nicht, UMP oder sowas. Glock 18, schöne Sache. Alles klar. Zusammen mit Teemo und Ghost. Oh, Ghost ist auch dabei. Schöne Sache. Wie in alten Zeiten. Seid ihr schon Gegner oder was? Okay, hau' ich doch mal weg hier. Ihr habt euch wie Zivilisten genommen gerade. Weil ihr irgendwie wegrennt. Da haben wir nicht so viel Mumm, die Jungs, glaub ich. Oh, das ist ein Kollege. Okay, erst klar. Sechste Mal gerade zu AK. All das ist schwierig, aber wir brauchen Deckung. Sonst war's das gleich. Okay, Flugzeug. Okay, passere Sache. Die haben uns ja ganz schön festgecampt da oben, ey. Dann macht hier eine auf mit der Raptor oder was, wie er aufs Dach hüpft. Aber das Klatz hier ist ausgescheidet. Okay, jetzt noch was auf der linken Seite rum. Okay, auch keine Munizierung mehr. Auf die Block 18 wieder auf. Oh, die Filme dann im G-HW, das kannst du mir mal geben. Dann machen wir noch mal folgendes. So, wenn wir jetzt hier Stress... Oh, alle tot, oder was? Dann nehmen wir doch das, dann geht da hinten ein bisschen dichter an der Straße. Dann wischen wir damit ja irgendwas. Oh ja, da haben wir doch eigentlich ordentlich was zum Wegfetzen. Äh? Taut sich noch jemand? Ne, habt ihr Schiss? Hm, scheint so. Gehen wir weiter. Fahr mal nach, Feuer. Achtung, Ziele, 12 Uhr. Beide 12 Uhr. Mindestens vier Stück. Leider nach, Alter, Jungs, Vorsicht. Da ist noch einer. Zwei noch. Alles klar. Nehmen wir mal besser die... Na vorhin, fuck off. Nehmen wir die mit Block 18. Da taugt ihr ja echt was. Mal ein bisschen rumsprainen hier. Dann kommt mal hier, was ich hier habe, Jungs. Guck mal. Hallo! Yeah! Was sagt ihr dazu, ne? Was willst du denn, ne? Wollte ich auch Stress hier? Ja, das weiß ich auch. Der Kollege nicht. Alter Schwede, Mann. Krass, das ist Scheiße. Das ist wieder ab hier. Das ist klar. Vorjungs. Geh hier rein. So, ergeschaut, sauber. Erster Stock sauber. Geh hier auf, willkommen. Okay, oben, Klasse. Das ist auch weg, alles klar. Oh, da war grad was schönes, was ich auch mit aufsammeln will. Ich weiß noch, ob ich nur den Weg hier säubern. So, testen wir das mal aus. Aber hier war damals im Multiplayer sehr geliebt, die Waffe. Diese Double Penetration Pumpgun. Bam Bam, Alter. Und dann Bam Bam und sind die weg. Jeweils vier Schuss hat die, also jeweils zwei Schuss pro Ding. Bam. Oh, sorry, Bruder. Nachladen wieder. Alles klar. Das ist doch, Entfernung. Da kam er, direkt sagt er, kam er. Ist du tot jetzt, oder? Ist du tot? Krass. Wir waren halb tot, ja. Mal schnell rüber. So gut. Alter, das ist krass, wenn man gleichzeitig mit beiden gleichzeitig schießt. Oh, ne acht. Scheiße. Ne 1887er Schrotflinte, Mann. Das ist die geilste Waffe, die geilste Pumpen überhaupt, die hole ich mir jetzt. Komm her, komm her. Alter, krass, was schießt er? Von wo? Von wo denn? Ach, krass. Ja, ich habe gesehen den Typen. Da brauchen wir es aufheilen hier. Und dann holen wir uns die 1887er. Dann gehen wir mal nach oben. Dann ist er sauber soweit. Und auch nicht. Habt ihr das gesehen? Einen Schuss und der Typ ist weg. Absolut genial, das Teil. Bam. Bam. Hahaha, geile Sache, Mann. Kommt man sich vor, wie es in der Winchester 73 im... Wow, alter Schwede. Komm her, du Dreck-Sack. Hast du Stress hier oder was, hä? Von Wilden Westen irgendwie. Haben wir sonst viele Waffen? Okay, unsere Hauptwaffe. Was man auch lieber da, falls wir was auf Entfernung brauchen. Was ist denn noch was? Bam. Ah, 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 ah. Bam. Okay, ich glaube, das ist irgendwie so ein Fall. Einen Tod jetzt oder lebt da noch einer? Oh, vorsichtshalber noch eine Granate hin. Und tschüss. Ja, war wohl nichts mehr im Leben. Sag mal nochmal nach hier. Alter, krass. Hat der Lucky Luke übernimmt. Gleich nach. Lalehlu. Nur der Mann im Mond schaut zu. Wenn der Dark Resistance kommt und die alle wegfickt, dann stirbst auch du. Alter Schwede, krass. Und check. Lade nach. Alter Granat, Mann. Okay, dann müssen wir mal ein bisschen weiter aufräumen, ne? Das ist nämlich einer am Kaliber 50. So was kann ich ja gar nicht ab. Was ihr könnt, können wir übrigens schon lange. So. Dann sollte sich der letzte Hinterhalt auch quasi aufgelöst haben. So. Alter Schwede, komm her. Ah, schon krass hier, wie es hier in Rio de Janeiro abgeht, eh? Krass ist scheiße. Man, hier explodiert alles. Aber da war auch gerade eine schöne Waffe. Ah, gerade ich will die Waffe haben noch. Genau die da. M16 mit Granatwerfer. Nettes Teil. Aber krass, da schießt noch was. Okay, da war auch nichts. Boah, das war in Deckung. Ja, krass. Alter, Deckung. Krass, krass. Wo ist die Deckung? Braucht Deckung. Alter Schwede. Oha, Mann. Noch jemand mucken hier, hä? Was? Wie muckt noch da? Wie muckt noch? Komm her. Okay. Aber scheiße, die Munition aus. Schade, weil ich mir gefällt. Ich war für echt gut. Kann ich was einsammeln hier. Okay, das war's. Bam. Bam. Alles klar. Hoffen wir, dass ich noch ein bisschen Munition für die Waffe aufsammeln. Weil ich ziehe hier eigentlich ganz geil. Aber das war's, naja. Schade. Aber wenn wir noch die Pumpgun, dann ist man die hier so lange nutzen, ist noch wie es noch geht. Nikolaj Payblow, alter, schön, dass uns hier rausholt, finde ich gut. 20 Sekunden oder sehr optimistisch. Das wird nicht reichen. Noch mehr Feinde nähern sich dem Markt. Schneller, Bewego. Zu gefährlich. Alter Schwede, Mann, krass. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir, kommen runter. Also das sieht hier viel zu helfen, nee, komm, denn das sei ein, brauchen wir, wir müssen nur mal gucken, dass wir eine schöne Primärwaffe holen. Auch eine andere Waffe. Ist hier irgendwo noch eine Waffe? Soll ich irgendwo auf dem Tisch? Das haben wir jetzt damit, dass wir keine Primärwaffe haben. Aber vielleicht kommen wir von hinten ran. Das ist überhaupt nichts. Aber da kann man nicht rüber, haben wir müssen, sei so von außen an. Egal, wir schaffen das schon irgendwie. Wir haben auch noch alles geklärt, anscheinend. Folgen. Warte, warte. Moment. Ja, sofort, hier war irgendwo eine, äh, so, besser. Ja, 300 Schuss, das sieht schon besser aus. Aber ich glaube, hier wechseln wir mal auf Close Range wieder zu der Dingswaffe. Komm her, komm her. Komm her. Na los, na los. Alles klar, ja, ich bin ja dabei. Ja, hoffentlich nicht, äh. Krass, Mann. Ist klar, wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft, Jungs. Wir haben es gleich geschafft, komm. Auf und rüber springen, da und rüber, genau, sauber. Perfekt. Nein, nein, Jungs, Hilfe, verdammt. Oh mein Gott. So, nein. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Was ist jetzt, was ist jetzt? Ach du Scheiße, Mann, wir müssen hier weg. Wir müssen da weg, Mann. Los, komm, Roach, reiß dich zusammen. Los, renn, los. Und weg hier, Mann. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Krass, Mann, ich werde beschossen, Mann, ich werde beschossen. Krass, oh mein Gott. Alter Schwede. Krass, wir müssen auf die Dächer, hoch da. Alter Schwede. Krass. Ich bin dabei. Krass, krass, wo soll ich hin, wo soll ich hin? Alter Schwede. Oh mein Gott, wir werden beschossen. 30 Sekunden, Mann, das ist alles viel zu weg. Och du, mein Gott, die kommen von rechts. Scheiße, Jungs. Ich bin schon dabei. Wow, wir müssen da lang. Nein, wir müssen da lang. Wow, Alter. Scheiße, Mann, feine von vorne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, wow, krass. Alter Schwede. Ja, es ist jetzt ein ganzes Sprung. Wow. Krass, Mann. Absolut heftig. Boah. Ey, Jungs, habt ihr das gesehen, Mann? Das war der Hammer, Mann. Ey, was ein geiler Sprung, Mann. Was eine Action-Szene, ey. Heftige Scheiße. Boah. Coole Aktion auf jeden Fall. Hast auch Bock gebracht, aber war auch haarscharf. Fast wären wir zurückgeblieben. Fast��는 was Locker. Bis zum nächsten Mal. To doen. ków. коп cuz te bag sabes,lingt schon hin. Deine Weil er organ sein. Aprop w scheißeku solleром. Die warmingla� Lindung ist wirklich mental. Alle? Das warpuh. Also kann ich behrti das ist. Das warutil war